Was sind Parotestumore? Parotestumoren sind abnormale Gewebewucherungen in der Parotis, dem Größen von drei großen Speicheldrüsenpaaren im Mund und Rachen. Die Parotis drüsen den Speichel in den Mund, wodurch das Kauen, Schucken und Verdauen der Nahrung erleichtert wird. Unter jedem Ohr befindet sich eine Drüse, unter dem Kieferknochen. Tumoren der Drüse vergrößern typischerweise ihre Größe, neigen jedoch dazu, eher langsam zu wachsen. Wenn Parotestumoren als bösartig diagnostiziert werden, können sie in der Regel erfolgreich behandelt werden. Speicheldrüsen-Tumoren sind im Allgemeinen recht selten und treten normalerweise nur bei einem von 33 000 Menschen pro Jahr auf. Wenn sich solche Tumoren entwickeln, manifestieren sie sich jedoch normalerweise als Parotestumore. Etwa 80% der Parotestumoren werden normalerweise als gutartig oder nicht kanzerös diagnostiziert. Das erste Symptom eines Parotestumors ist oft eine Schwellung der Drüse, die als harter Schlag unter dem Ohr wahrgenommen wird. Die Vergrößerung geht normalerweise mit geringen oder keinen Schmerzen ein. Da der Gesichtsnerv durch die Parotest verläuft, kann ein Druck auf den Nerv möglicherweise zu einem zusätzlichen Symptom führen, einem gewissen Grad an Schwierigkeit, die Muskeln des Gesichts an der Seite der betroffenen Drüse zu bewegen. Tests, um festzustellen, ob ein Tumor gutartig oder krebsartig ist, beginnen normalerweise mit einer Biopsie zur Untersuchung des Gewebes, üblicherweise in Form einer Fangnadelaspiration. Wenn für die Diagnose zusätzliche Tests erforderlich sind, bestehen diese im Allgemeinen aus einer oder mehreren bildgebenden Untersuchungen mit Rentenstrahlen, Computertomographie, Magnetresonanztomographie oder Positronenemissionstomographie. Wenn eine Malignität festgestellt wird, werden manchmal weitere bildgebende Untersuchungen durchgeführt, um zu bestimmen, ob sich Krebszellen auf die Lymphknoten ausgebreitet haben. Unabhängig davon, ob Parotestumoren bösartig oder gutartig sind, ist die primäre Behandlungsoption normalerweise die operative Entfernung des Tumors. Die Operation birgt normalerweise ein gewisses Risiko für Nachwirkungen, da der Chirurg um den leicht beschädigten Gesichtsnerv herumschneiden muss. Kandidaten für diese Operation sollten in der Regel ihre Chirurgen um eine Einschätzung der möglichen Nerven im Gesichtsnerv und deren Folgen bitten. In Fällen, in denen ein Krebstumor besonders aggressiv zu sein scheint oder sich bereits auf die Lymphknoten ausgebreitet hat, kann der Chirurg auch die Lymphknoten entfernen. Solche Operationen werden häufig durch eine Strahlentherapie ergänzt. In seltenen Fällen, in denen eine Chemotherapie zur Behandlung von bösartigen Parotestumoren angewendet wird, beschränkt sich ihre Anwendung im Allgemeinen auf das Schrumpfen der Tumoren, um die Schmerzen zu lindern. Selbst wenn Parotestumoren als bösartig diagnostiziert wurden und die Lymphknoten betroffen sind, ist der Krebs in der Regel heilbar. Die Kurierbarkeit von Krebserkrankungen wird anhand von fünfjährigen Überlebensraten beurteilt. Selbst für maligne Parotestumoren, bei denen sich Krebs auf die Lymphknoten ausbreitet, können nach der Behandlung Überlebensraten von bis zu 85% erwartet werden.